Kurz entschlossene aufgepasst! Es gibt noch freie Studienplätze in den Bachelorstudiengängen Internationale Technische Betriebswirtschaft und Mechatronik. Zudem besteht noch die Möglichkeit, sich für den Masterstudiengang Wasserstoffwirtschaft und Technologiemanagement zu bewerben. Entscheidend tut das Losverfahren. Wer sich schnell meldet, kann bereits am 11. März an der Hochschule Esslingen studieren. Bewerbungsschluss für die Teilnahme am Losverfahren für die offenen Studienplätze ist Dienstag, der 13. Februar.